Casino, waren wir da schon drin? Ich glaube nicht, nee. Wollen wir da mal rein? Können wir. Nice, du bist drin. Okay, nice. Ich bin mal zu den Cops gegangen. Okay, okay. Dann bin ich heute der Bandit. Heute bin ich der Officer. Oder bin ich eher der Spy? Ich bin der Distractor. Oder bin ich der Scout? Oder bin ich der Combat Medic? Ich glaube, ich nehme den hier, Freunde. Ich bin der Developer auf YouTube. Developer? Ich bin der Manager. Sheriff. Wer bin ich? Wen bin ich? Wer bin ich? Okay, ich weiß, wer ich bin. Okay, okay. Haben die nicht irgendwie bessere Waffen? Hallo, Freunde. Hi. Hallo. Oh, scheiße jetzt. Egal. Hat die keine Waffen? Ah, doch. Alter, ist die scheiße. Ich bin nämlich die Managerin dieser Bank. Dieses Casinos. Bist du das? Ja. Leon. Ja? Um was geht es in dem Spiel? In diesem Spiel bin ich ein Bandit und muss diese Bank hier ausrauben. Casino. Dieses Casino ausrauben. Da steht es ja auch. Scheiße. Da steht es ja auch, wartet, Freunde. Moin. Moin, Meister. Ich wusste schon, was du... So, Freunde, niemand unterbricht mich bei meiner Anmoderation. Das Casino muss ich ausrauben. Schnell. Wir haben einen Einsatz. Ich muss rennen. Ich weiß, wie du aussiehst. Ich kann mich auch ver... Okay. Tote Frau liegt vor dem Eingang. Und noch ein toter Mann. Komisch, oder? Wo bist du, du Ratte? Und guck mal, ich kann mich auch verkleiden. Er klickt ganz schnell. Warum klickst du ganz schnell? Zum Glück hast du dein Gate weiter geöffnet, dass ich alles hören kann. Ja, hallo. Ich bin ein Bandit. Muss dieses Casino ausrauben. Dafür muss ich eine Bombe finden. Und den Tresor sprengen mit dieser Bombe. Da muss ich mit dem Geld rausrennen. Und dann darf Sascha mich nicht erwischen. Gewölbeschlüssel. Ihr seht hier, hier ist zum Beispiel ein Tresorraum und hier. Aber ich muss erstmal die Bombe finden. Das gleiche haben wir schon mal gemacht auf einer anderen Map in der Bank, Freunde. Da haben wir den Bankraub gemacht. Schaut euch das gerne an. Da liegt wieder ein Toter. Warum liegt hier ein Toter? Warum liegt hier ein Toter? Warum liegt hier ein Toter? Warum ist hier die Tür offen? Okay. Schnell, 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 schnell. Da ist jemand gerannt. Nee. Doch. Das stimmt nicht. Bleiben Sie stehen. Wir verstecken sich hinter Ihren Kollegen. Du bist so ganz still, Digga. Als ob du ganz nah bist. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich habe ein bisschen Schiss tatsächlich. Du lügst mich an. Wir wissen es doch beide, dass du nichts drauf hast wie eine Pizza Margherita. Schau mich an mit deiner Monobraue. Alter, ich habe so Schiss, dass du irgendwo bist. Kuscheln, kuscheln, kuscheln. Du lügst wie gedruckt. Wie gedruckt. Du bist nicht im Keller. Ja. Dein YouTube-Kanal ist im Keller. Deine Klickzahlen sind im Keller. Okay. So, Freunde. Schaut mal hier. Da liegt wieder ein Toter. Hier liegt Bargeld. Jetzt muss ich weg. Okay, ich weiß wo. Ich weiß wo. Okay, wir sind direkt nebendran, Freunde. Jetzt schauen wir. Jetzt schauen wir. Wir sind jetzt im Safe drin. Wo ist der Kleine? Vielleicht renne ich schon mit meinem Geld raus. Nein. Du hast schon 5.000 tatsächlich. Lieferst gerade ab. Toba. Toba, Toba. Du wartest. Siehst du mich? Ja, hier. Du siehst mich. Du siehst mich. Du wirst doch immer, dass du ein Schwarzkopf bist. Ach ja? Bin ich das? Ich bin mal sehr gespannt, Digga. Das wird interessant auf jeden Fall. Weil, Freunde, wie ihr seht, kann ich auch den anderen Tresor knacken, ne? Lernen. Du kannst nichts. So, Freunde. Wir können nämlich hier X drücken. Oh mein Gott. Was? Time ran out. Nein. Nein. Scheiße. Digga, ich habe gerade gesehen, ich kann mit X, kann ich tatsächlich den Tresor wieder zumachen. Ich kann eine Tür wieder platzieren. Ja, okay. Lass mich nochmal den Räuber sein. Ja, lass mich nochmal. Okay, okay. Ich will nochmal die Managerin sein. Digga, du hast. Obwohl. Du bist mir voll entgegen. Gecroucht gerade eben. Okay, ich weiß, was ich mache. Freunde, Runde 2. Runde 1 habe ich gewonnen wegen Time. Kann man die Time erhöhen? Das wäre geil. Oh, Freunde, schaut mal hier, was das ist. Äh, das kannst du bestimmt machen. Schaut mal, was hier ist. Oh, Freunde, schaut mich an. Oh, Freunde. Alright, Freunde, das wird interessant, diese Runde. Ich habe nämlich eine Fähigkeit dort unten links. Wo bist du, Sascha? Wo bist du, mein Freund? Wo bist du, Digga? Wie siehst du aus wie ein Mitarbeiter? Wo bist du? Ja. Was machst du da im Eck? In welchem Eck? Du weißt genau, welches Eck ich meine. Du Eckmann. Ich weiß jetzt nicht, wer du bist, ist das Problem, weil du genau aussiehst wie die anderen. Ich bin ein Kunde. Ja. Läuft da mit seiner blöden Pistole rum. Freunde, ich will unbedingt diese Fähigkeit verwenden, aber ich weiß nicht, wo ich sie verwenden darf. Freunde, ich bin jetzt hier ein Mitarbeiter und werde einfach mal in die Kameras reinschauen. Da stand irgendwas mit... Aha, hier ist clean, hier ist clean. Wo sind denn die Kameras? Schaut mich jemand an. Okay. Ich habe es platziert, Freunde. Wo bist du? Ich freue mich schon auf deine Perspektive, Alter. Bekomme ich das automatisch? Schaut mal, da oben ist gerade was... Hat sich was verändert an meiner Zahl. Oh, Freunde. Ich kann alle... Oh, okay. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Ich habe auch einen Plan. Ich kann alle 20 Sekunden das platzieren, Freunde. Nee. Alle... Meinst du einen Gelddrucker? Nein. Cooler Plan. Danke. Bist du verdammt nochmal. Wo bin ich verdammt nochmal? Du bist ganz still plötzlich. So still. Wie viel Zeit habe ich noch? Nach zwei Minuten. Okay, 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 Freunde. Alter, was? Wie? Wie komme ich hier durch? Da passiert ja nichts. Wie komme ich hier durch? Was hast du aktiviert? Passiert nichts. Kann ich da durchrennen? Schnell, schnell, schnell. Bitte, bitte, bitte. Durchrennen. Komm schon, komm schon, komm schon. Scheiße, Freunde. Das ist der falsche Safe. Er muss oben sein. Er muss oben sein. Komm schon, komm schon, gib mir das Geld. Du hast nicht genug Zeit. Okay, Freunde, wir machen das jetzt auf cleveren Hasen. Ist mir scheißegal. Nein. Fuck. Fuck. Wo bist du, wo bist du, hä? Wo bist du, Freunde? Wo bist du, Digga? Ist du das? Nee. Du bist das doch. Schnell. Hä? Du hast doch drei Sekunden, Digga. Ja. Ja. Was? Was? Jawoll. Nein. Alter, eine Sekunde hatte ich noch. Boah. Geil, Alter. Es gibt verschiedene Fahrzeuge? Ja. Ja. Ja, Mann. Ich war beim falschen Fahrzeug. Jawoll, Alter. Alter, stark. Puh. Scheiße, Digga. Jetzt bin ich Team Kopf, oder? Ich bin Team Räuber, ja. Okay.